Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn Dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de Von und mit Markus Mahl Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Schön, dass Du wieder dabei bist. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einer interessanten Möglichkeit, ein Meerwasser-Aquarium zu filtern, und zwar mit dem Algenrefugium. Wie bei fast allen gängigen Filtermethoden wird auch für das Algenrefugium ein eigenes Technikbecken benötigt. Auf dem Markt sind auch sogenannte Hang-On-Lösungen erhältlich, die ich jedoch aufgrund ihrer sehr geringen Größe nicht für besonders effektiv und deshalb auch nicht für empfehlenswert halte. Das Algenrefugium ist eine Filtermethode, die auf einer ökologischen Basis funktioniert. Meines Erachtens kann ein Algenrefugium jedoch nur seine ganzen Vorteile erst dann richtig ausspielen, wenn es über eine vernünftige Größe verfügt. Schauen wir uns nun als erstes an, wer ein Algenrefugium aufgebaut ist und wie es funktioniert. Hierbei wird das Filterbecken meistens in vier Kammern eingeteilt. Die erste Kammer dient lediglich als Einlaufkammer, sprich in der Kammer läuft das Wasser vom Aquarium ein. Diese Kammer wird in der Regel mit kleinen Brocken, Lebengestein oder Biobällen gefüllt. In der zweiten Kammer wird der Filterschlamm und die Algen eingebracht. Dort findet der Schadstoffabbau statt. Idealerweise wird dort eine Schlammschicht von ca. 3 bis 5 cm hoch aufgebaut. Als Algen eignen sich besonders Calerpa Taxifolia. Diese werden in den Filterschlamm eingesetzt und beginnen dort nach kürzester Zeit zu wachsen. Durch das Wachstum entziehen die Calerpa aus dem durchströmten Aquarienwasser Nitrat und Phosphat und reichen es durch den bei der Photosynthese entstehenden Sauerstoff an. Einer der bekanntesten Hersteller für Filterschlamm ist die Firma Ecosystems mit ihrem Miracle Matt. Damit die Algen wachsen können, muss das Filterbecken mindestens täglich 12 Stunden beleuchtet werden. Bei der Beleuchtungsdauer gibt es verschiedene Ansätze. In manchen Fällen wird das Algenrefugium deutlich länger, d.h. 20 bis 24 Stunden pro Tag beleuchtet. Wenn du eine Beleuchtungsdauer von 12 Stunden wählst, ist es ideal, dass du dein Algenrefugium antizyklisch beleuchtest. Das bedeutet, dass wenn die Beleuchtung deinem Meerwasserquarem aus ist, du dein Algenrefugium beleuchtest, dadurch erreichst du einen stabileren pH-Wert, da deine Fische und Korallen in der Dunkelphase Kohlendioxid ausscheiden, was den pH-Wert senkt. Durch die antizyklische Beleuchtung des Refugiums geben die Kalerpa Sauerstoff an das Aquariumwasser ab und der pH wird dadurch deutlich stabiler und so finden keine großen Schwankungen mehr zwischen Hell- und Dunkelphasen statt. Die Algen lagern das Nitrat und Phosphat in ihr Gewebe ein. Damit das System dauerhaft funktioniert, müssen die Algen regelmäßig geerntet werden. Das bedeutet, dass die Kalerpaus in regelmäßigen Abständen, das bedeutet alle 1-2 Wochen, bei normalem Wachstum zurückgeschnitten werden müssen. Durch den Rückschnitt der Kalerpaus wird der Wachstum beschleunigt. Diesen Rückschnitt kannst du teilweise auch wieder an Algen fressende Fische, wie zum Beispiel Doktorfische, verfüttern. Dadurch, dass Nitrat und Phosphat von den Kalerpaus aus dem Aquariumwasser entzogen wird, kann so auch die unkontrollierte Ausbreitung von Fadenalgen unterbunden werden. Ein weiterer Vorteil eines solchen Refugiums ist, dass sich dort Kleinstlebewesen, die für einen reibungslosen Ablauf des Meerwasser-Aquariums mitverantwortlich sind, optimal vermehren können, da sie dort optimale Bedingungen vorfinden und keinen Fraßdruck von Fischen ausgeliefert sind. Das Algenrefugium hat aber auch einen großen Nachteil, beziehungsweise kann auch eine große Gefahr davon ausgehen. Manchmal kommt es vor, dass die Algen plötzlich und unerwartet absterben und dann schlagartig große Mengen Nitrat und Phosphat unkontrolliert in das Aquariumwasser gelangen. Diese Fälle sind zwar sehr selten, jedoch sollte sich jeder darüber bewusst sein, der über ein Algenrefugium nachdenkt, beziehungsweise eines hat. Schauen wir uns zum Schluss nun noch an, wie die restlichen beiden Kammern des Filterbeckens aufgebaut sind. Die dritte Kammer des Filterbeckens ist wieder nur mit kleinen Brockenlebengestein oder Biobällen gefüllt und in der vierten Kammer, der sogenannten Klawasserkammer, befindet sich die Förderpumpe, die das gefilterte Wasser in das Aquarium zurückpumpt. Bei der Auswahl der Förderpumpe solltest du unbedingt darauf achten, dass diese über eine ausreichende Förderleistung verfügt. Die meisten Hersteller von Filterschlamm empfehlen hier eine Förderleistung vom 6- bis 10-fachen des Beckenvolumens pro Stunde. Von manchen Meerwasser-Aquarianern wird beim Einsatz von einem Algenrefugium bewusst auf einen Eiweißabschäumer verzichtet. Das Argument hierfür ist, dass durch die Kaleopas genügend Sauerstoff in das Aquariumwasser eingebracht wird und deshalb ein Eiweißabschäumer nicht erforderlich ist. Für den Sauerstoffgehalt kann dies eventuell zutreffen. Jedoch entzieht der Eiweißabschäumer auch Stoffe aus dem Aquariumwasser, die für Kaleopas nicht greifbar sind. Deshalb würde ich dir immer zu einer Kombination aus beiden raten. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen. Wenn du Fragen hast, schreib mir sie einfach an info-at-aquarium-west.de und ich versuche in den kommenden Episoden darauf einzugehen. Zum Schluss möchte ich dir mein neues Buch Meerwasser-Aquarium ins Herz legen. Es ist über Amazon erhältlich. Wenn du tief in das spannende Thema Meerwasser-Aquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die du bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasser-Aquarium benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel was musst du bei der Planung und Montage von Meerwasser-Aquarien beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschäumer und vieles mehr, findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarien-Einsteiger und Fortgeschritte geeignet sind. Den entsprechenden Link zu Amazon findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Meerwasser-Aquarium, dein Markus Moll. Schreibt uns eine Mail an info at meerwasser-aquarium-podcast.de Bis zum nächsten Mal.